Willkommen zurück zu Force of Nature, gleiche Aufnahmesession, gleiche Wall of Text, nein Quatsch, ich bin gerade auf dem Weg zu den, zum Portal, ich müsste da eigentlich nicht hinlaufen, weil wir ja einen Teleport bei uns haben, aber ich laufe da deswegen hin, weil ich hoffe mir vielleicht unterwegs noch den ein oder anderen verknüppeln zu können. Ah ja, guck mal, da, billiger Opfer. Oh, Leg One hit it, geil. Ja, Freunde der Sonne, aber da habt ihr ja nicht gerechnet, ne? Bam, in your face. So. Weil wir brauchen ja immer noch ein bisschen, guck mal, 543, hä? Guck mal, das ist das, was ich meine, der zählt gar nicht. Obwohl ich nur umbringe, komisch, gell? Also, wann welcher Mob Erfahrungspunkte bringt und wann nicht, das erschließt sich mir noch nicht so wirklich. Oh, geil, ein Schwein. Das Schwein? Ah, das Schwein zählt. Interessant. Warum auch immer. Gucken wir mal, ob der Fuchs zählt. Ne, der Fuchs zählt nicht. Das ist natürlich bös krass für dich jetzt, ne? Ausfressbrett hier. Komm schon, du auch noch. Okay, machen wir mal das Inventory hier aus. Brauchen wir halt. Gut, wir wollen einen Copper holen. Das ist heute Tagesaufgabe. Eigentlich. So. Unterwegs sammeln wir auch noch Fälle und Klauen. Ja, mega. Äh, laufe ich gerade wieder zurück? Ne. Ja, 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 ja. Hier geht's richtig zur Sache, ne? Ja, 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 ja. Hier geht's richtig zur Sache, ne? Okay, okay, okay. Mal eben durchmarschieren ist nicht, okay. So, wir müssen aber hier eigentlich nur ums Eck. Bisschen aufpassen mit der Lebensenergie. Vielleicht machen wir uns unterwegs ein Lagerfeuer und machen mal ein bisschen Fleisch. Das sind ein paar zu viele. Leute, Leute, entspannt euch mal. Ihr müsst eure Aggression nicht an der Natur rauslassen. Also, wir müssen uns nicht an der Natur rauslassen. Zählen die wenigstens? Jo, scheinbar. Oh, der zählt auch. Für drei sogar. Ja, komm schon mal her, du... Wicht. Dann lösches bleibe. Hey, hier geht's richtig zur Sache, ne? Wir wollen ja hier 650 Vollkriege. Hey, Arschnase. Oh, falsch. Die zählen immerhin ein. Da ist noch ein Wolf. Wölfe sind super. Die zählen immer drei. So, okay, angekommen sind wir mal. Okay, da ist Teleporten wirklich wahrscheinlich auf Dauer angenehmer. Vermute ich mal. So, angekommen. Da wollten wir noch hin. Was hältst du denn, ey? Bam. Daneben. Mein kleiner, pelziger, stinkiger Freund. Oh, der macht ja süße Geräusche. Oh, das tut mir jetzt fast leid, gell? Na gut. Spawnt ja neu. Der ist ja nicht echt tot, ne? So. Da hat der Haut mit fünf rein. Das ist aber auch übel, ey. So, ich glaube mal ein bisschen hier auftanken, ne? So, sind wir eigentlich aufgestiegen? Ne. Bisher noch nicht. Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, hier ist besser. Hier geht es schneller. Neue Mobs, neues Glück, ne? Ui. Zwei ist immer. Was bringen die? Oh, fünf. Die zählen für fünf. Geil. Mal hier mal grad tanken. So, die Pflanzen, das ist immer alles Kaktus gewesen, oder? War ich da richtig informiert? Jo. Kaktus. Die großen Kaktussis bringen die Holtz. Jo, die bringen Lock. Okay. Was kostet mich ein Lagerfeuer? Lager. Das kostet mich Ascht. Gut, dass ihr welche im Sack habt, ne? Aber Ehmbar brauchen wir noch. Ehmbar. Ein Ehmbar. Das machen wir mal fix. Weil dann können wir uns nicht mehr ein Lagerfeuer hinbauen. Das wäre ja geil, oder? Dann können wir ein bisschen Fleisch machen. Ich meine, wir haben zwar nur drei... Achso, wir haben keine Pfanne, ne? Scheiße. Was gibt's denn, wenn man hier buddelt? Gibt's hier irgendwas? Nö. Ist das jetzt ein Sandsturm, oder was? Naja. Ja, gut. Kopper habe ich noch kein... Doch, da ist Kopper. Hier ist noch ein Kopper. Ah jo, den nehmen wir mit. So, und jetzt... Hauen wir uns hier nochmal eine Schraube rein. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall viel besseres Essen machen. Ich würde sagen, wir überspringen hier die Passage kurz. Ohne, ich hole euch gleich wieder ab, wenn ich hier fertig gehackt habe. Bis gleich. So, letzter Schlag. Wunderbar. Haben wir ja alles weggekoppert. Hat ganze 24 Stück gegeben, ne? Nur. Also, das ist eine Beschwerde. 24 Kopper für die 38 Brocken daher. Alla, wollt ihr mich verarschen, oder wat? Portal. Okay, wir laufen übrigens in die falsche Richtung. Wer wollt doch in die Richtung? Ich würde zumindest mal gerne noch ein Kopperstabel finden und hier mein Level Up mal langsam holen. Und das geht hier, glaube ich, relativ zügig. Und ich sehe gerade, wir brauchen wesentlich besseres Essen. Was seid ihr denn? Ah, Leute. Wartet mal kurz. Ich muss mal hier kurz mal... Jetzt sind wir richtig. Was sind das denn für... Wüstenratten, oder wat? Okay. 26. Okay, die sind aber geil. Ich will mehr von denen. Ah, guten Tag. Bam in your face, mein Freund. 23. Bring auch drei, glaube ich, ne? Ne, zwei sogar nur. Au. Sag mal. Mie. Auf zu quietschen. Okay, hier gibt's Steine, Steine. Jo, komm halt mit. So, was gab's hier? Fehlern. Okay, nehm ich. Jo, läuft hier. Ah, ich glaub's ja nicht. Ein Punkt noch. Die verlieren aber auch nix, ne? So, das wollten wir doch. Und dann nehmen wir nämlich hier wieder voll. Das ist nämlich eigentlich der Plan gewesen. So, Leben kann man erhöhen. Gekauft. Ah, ich muss hier irgendwas leveln. Was bringt mir das? Weniger Cooldown-Zeit. Ah, Attack-Speed ist halt schon geil, ne? Das hätte ich schon gern. Damit mach' ich fetten Schaden. Amor, will ich das? Das will ich irgendwie irgendwie alles gar nicht. Gibt ein paar auf die Nuss, ey. Ja, war ja klar. Alter, die hauen so rein, dass es den Kaktus da grad weggefetzt hat, ne? Ja, und jetzt? Freunde der Sonne, was soll das hier werden? Nee. So. Oh, der hat gleich zwei von denen verloren. Nehme ich alles. Och, komm. Ah, da ist doch Copper. Mach' ich nicht hier rum. So, komm. Komm, Vögelche. Ist euer Ernst jetzt? Das ist ja hier so eine Ansammlung. Ach, guck mal. Der hat gegant. Wie cool. Komm. Komm, mit ein Stück. Ach, du fauler Sack. So, was gibt's denn hier alles? So, Zeug ohne Ende. So, nehm' ich alles. Und jetzt hauen wir aber hier noch schnell den Copper weg. Dann machen wir es wie eben. Ähm, wenn dem Copper weg ist, dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, das war der letzte Stein. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, wie viel haben wir jetzt? Pfirsich. Pfirsich, guck mal. Ich glaube, Pfirsich reicht uns erstmal, oder? Wie ist das eigentlich? Kann ich hier eigentlich auch den Geist rufen? Let's talk about... Jo, get me out of here. Das ist nämlich das Geile. Das ist mein privater Chauffeur nach Hause. Cool, oder? Dann baut man sich den ganzen Rücklaufweg. Finde ich super. Hat mich im ersten Teil immer extrem genervt. Aber so finde ich das super. Hey, brauchst du ja keine Angst habe. Tut dir nix. Lade dich gerne auf meine Weide ein. So. Jetzt hauen wir das mal hier rein. Und zwar alles. 8,20 ist max. Ah, 40 kann man reinballern. Okay. Da gucken wir aber jetzt nicht so, oder? Jetzt sammeln wir mal hier den Scheiß schnell rein. Dann hauen wir hier nochmal... So. Und was ich nämlich eigentlich wollte... ...ist nämlich hier noch ein paar... Ah, Couplestone können wir jetzt auch machen. Amo. Okay. Cool. Kann man die werfen, oder? Bogen. Das Dumme daran ist... Pfeile... Pfeile kosten immer Fehlern. Das ist voll teuer, Mann. So. Klopfen wir mal schnell die Seile durch. Aber ein bisschen Zeit haben wir gekriegt. Gekriegt immerhin, ne? Gekriegt. Ah, das Koppersheet habe ich ja auch schon gemacht. Wunderbar. Tja. So lange gefarmt. Und da wird schon... ...ratzi-fazzi verarbeitet. Übel, ne? So, gleich mal hier die restlichen Seile. Wie viele sind sie denn hier noch? So viele dürfen es... Ah ja, das war es schon. Gut. Dann haben wir hier... ...Samenzeug. Ejo. Jetzt muss man mal gucken. Ich glaube, das hier ist die tierische Kiste, ja? Ja. Da wird das mal weg. Das kommt da rein. Wo habe ich denn den blöden Kaktus hin? Ah, der hat eine eigene Kiste gekriegt. Hui. Da kann sich der Kaktus aber glücklich schätzen, hä? So, hier haben wir noch Copper Ingo. Und hier haben wir Leder. Leder schmeißen wir raus. Magic Blueberry passt nicht mehr. Nein, ich weiß es jetzt schon. Was ich mir selbst überlege. Ich habe übrigens mal zwei Körbe verschoben. Und zwar den mit Kohle und den mit Ember. Hier hinten hin, weil wir brauchen es hier ja wahrscheinlich am ehesten. Was gibt es denn hier noch Feines? Ah, hier. Guck mal. Aber ist das besser als das Ding? 0515. Was? Ah, was? Der Sammelspeed. Es dauert länger mit dem Eimer Wasser zu holen. Es hat aber die gleiche Anzahl. Man verbraucht weniger Stamina. Wow. Und man hat keinen Run-Speed-Verlust. Aber mal ganz ehrlich, das ist ja völlig unnötig. Was ich auf jeden Fall gerne hätte, ist das Ding hier. Aber dafür brauchen wir immer noch eine Plank. The Plank. Und dafür brauchen wir erst das Arbeitsgerät. Und für das Arbeitsgerät... Könnt ihr mir noch folgen? Sehr gut. Das hier brauchen wir nämlich das Arbeitsgerät. Dafür brauchen wir... Ich habe alles dafür, oder? Ich brauche dafür aber Annie Hammer. Annie Hammer. Annie, Annie, Annie Hammer. Warte mal. Ging der nicht auch irgendwo hier? Doch, Stein und Seil. Okay. Stein. Und Zweil. Weil Annie Hammer finde ich gut. Da kann man immer die billigen Werkzeuge da reinklopfen. Ist ja dann völlig scheißegal. Ah, Kraft. Also, glaube ich zumindest. Da müssen wir halt nur ein Tool rausnehmen hier. Was ist das hier eigentlich? Naja, das schmeißen wir mal da raus. Dann machen wir das Ding hier. Bring it work. Ach, der macht gerade das. Okay. Ich will eigentlich mehr Gasse haben. Es wäre cooler, wenn wir mehr Gasse hätten. Müsste ich viel weniger schaffen. Fände ich gut. Na gut. Das machen wir gleich fertig. Ich will hier mal schnell das... Fleisch anwerfen. Das ist voll blöd. Ich bräuchte hier eigentlich jetzt auch nämlich noch eine Kiste. Weil jetzt hast du hier nämlich schon... Werkzeuge, weißt du? Scheißen. Egal. Sagt das da rein? Und jetzt müssen wir mal gucken. Was können wir jetzt machen? Bretter oder was? Oder müssen wir dafür nicht als Carpenter lernen? Und dafür brauchen wir das Werkzeug, ne? Ne, dafür brauchen wir eine Plank. Und für eine Plank brauchen wir ein Crafting-Table. Können wir jetzt hier ein Brett machen? Ah jo. Schnappen wir uns mal gerade hier ein paar. Ach, das muss als Tool da unten rein. Äh, was ist denn jetzt? Okay, das geht ein bisschen, ne? Würde ich sagen. Aber wenn mich nicht alles irrt... Ich weiß es nicht genau, weil ich habe zwischendrin immer die Aufnahme gestoppt und wieder angefangen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie viele Minuten wir eigentlich schon aufnehmen. Ähm, aber... Wir können ja mal kurz gedanklich überlegen. Also wir haben jetzt die Bretter. Wir wollen ja auch mal irgendwann ein Haus bauen. Ähm, und wir brauchen diese fucking Kisten. Das heißt, wir brauchen Unmengen von Nägel. Bedeutet ja summa summarum, ich muss ein Arschholkopper rankriegen irgendwie. Ja, das ist mal Aufgabe 1. Kopper und Nägel. Kopper und Nägel am Start. Da brauchen wir ein Arschholbretter. Kann das nicht eigentlich auch der Geist hier machen? Was sag mal? Herrgeist. Ja, geil. Mal davon 8. Dann können wir doch mal hier kurz noch... Carpenter. Discoveren. Dann läuft das nämlich auch. Wo... Was macht eigentlich der Geist gerade? Hallo, Herr... Achso, der macht... Äh, so, jetzt hat er... Ich sag ja, wir brauchen mehr Geister, eindeutig. Ja, weil ich würde nämlich gerne wegkommen von diesen 35.000 Körbchen, die hier rumstehen. Zu Kischte. Und zu einem richtigen Lager, wie bei Valheim. Da haben wir ja voll das megageile Vorreitslager. Oh, das hab ich geliebt, gell? Mit den Regalen und da alles schön einsortieren. Ach, ein Träumchen. Hier ist es im Moment noch ein bisschen unübersichtlich. Das Geile ist ja wenigstens, dass man die Dinger beschriften kann. Da bin ich ja schon mal sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Muss ich ehrlich sagen. Mega gut. Wir wollen doch das Ding hier discovern. Da macht er da fleißig Bretter. Will gar keiner. Ich will nämlich kurz noch mit euch reinschauen. Tailor-Table können wir da bestimmt machen, oder? Ah, den können wir auch theoretisch so machen. Den Tailor-Table brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Oha. Okay. Dafür braucht man einiges. Oh, Rüstungstable. Oh, ein Webstuhl. Oh, ein Kompost-Dings. Aber was wollten wir? Wir wollten das Ding hier. Ah, wir brauchen Nägel. Dammit. Dammit. Wir brauchen auf jeden Fall Nägel, weil der Fressdruck ist mir deswegen so wichtig. Weil ich will den Zug ballern mit Streu und whatever. Und dann gucken, dass Milch und Eier mal so richtig sukzessive an den Start kommen, weil wir brauchen besseres Essen. Habe ich schon erwähnt? Ja. Das wäre natürlich echt super geil. So, was haben wir hier noch? Mhm. 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 Lecker Kochtopf. Auch schön. Warlock-Table. Okay. So, Hausbau. Ah ja. Stein. Da kann man. Wooden Floor. Wooden Wall. Alter, das Zeug ist hier mega teuer. Oh, wir brauchen auch noch Zement. Zementziegelsteine. Was ist das hier? Ah ja. Scheiße. Das ist so krass eigentlich. Alles und jedermann hat ein Dach über dem Kopf. Weißt du, die Kühe, die haben eine ganze Halle, wo sie spazieren gehen können, in Anführungszeichen. Und wir, wir haben so viel gebaut und schon gemacht und könnten nicht mal uns ein trockenes Plätzchen suchen, wenn es pisst. Also wir haben kein Häuschen, nichts. Schon traurig, ja. Muss ich sagen. Also ich finde das irgendwie, ja. Ich finde das ist, da stimmt doch was nicht. Mal den Entwickler anrufen morgen, ey. Mal sagen, du, ganz ehrlich, finde ich geil dein Spiel, aber ich will ein Dach über dem Kopf und das nicht erst im Endgame. Wenn sich's irgendwie, wenn sich's irgendwie einrichten lässt, nicht im Endgame, mein Freund. So, ich hau jetzt hier noch Copper durch und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder, wenn hier soweit mal alles bereinigt ist und ich vielleicht auch schon ein bisschen Copper geholt hab. Und ja, ich wünsch euch eine tolle Zeit. Genieß es, bleibt gesund. Und ja, ihr wisst ja, Däumchen, Träumchen. Kommi, wer spitze, freu mich über entsprechende Kommentare, wisst ihr ja schon. Und dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.